Lieber Leiti, oder vielleicht noch besser lieber Jo, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist dein 30. Geburtstag. Und nur weil du im wahrsten Sinne des Wortes auf meiner Hochzeit tanzt, bedeutet das nicht, dass wir dich vergessen haben. Eher im Gegenteil, denn mit mir haben sich viele YouTube-Freunde zusammengetan und jeder von uns hat seinen ganz eigenen und speziellen Geburtstagsgruß für dich. Wir hoffen, uns ist die Überraschung gelungen und du hast jetzt viel Spaß mit deinem kleinen Geburtstagsvideo. Lieber Jo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen in der Gruppe der 30-Jährigen. Das klingt erstmal ziemlich alt, aber ich kann dir versichern, so alt ist es dann doch noch nicht. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut auf das, was man bisher erreicht hat und wenn ich mir das so bei dir angucke, von dem, was ich weiß zumindest, kann ich sagen, du hast ganz viel zu feiern heute, denn du hast es geschafft, mit 30 Jahren jetzt dein Abitur nachzumachen. Soweit ich weiß, hast du jetzt schon dein Fachabi sogar. Du hast einen Job, du hast sogar mehrere tolle Hobbys und du hast eine ganz, ganz tolle Frau an deiner Seite. Also ich glaube, das sind Dinge, da träumen man schon nur von. Von daher hast du ganz viele Gründe, auf diese 30 Jahre stolz zurückzublicken und ich wünsche dir einfach weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ich hoffe, dass du noch viel, viel mehr erreichst, was du dir wünschst. Also herzlichen Glückwunsch und alles Liebe zum Geburtstag von mir und jetzt schnapp dir Danni und feier schön. Wir wünschen dir heute von ganzem Herzen alles, alles Gute zum 30. Geburtstag. Du hast in den letzten fünf Jahren, immerhin ein Sechstel deines noch jungen Lebens, eine große Entwicklung gemacht und hast uns viel, viel, viel gezeigt. Du warst Synchronsprecher, Let's Player, Livestreamer und Vortragender auf einem YouTube-Kongress. Du hast in den letzten drei Jahren so viel erreicht, einen weiteren Bildungsabschluss, die Verlobung und du warst uns in dieser Zeit auch immer Freund, Mentor, Inspiration. Du hast uns gezeigt, dass man, um Leute zu unterhalten, nur authentisch sein muss, dass man keine große Show machen muss. Und daran glauben wir und daran, dass Community das Größte ist, dass uns dieses schöne, schöne Hobby, das wir zusammen teilen, erst richtig zur Freude werden lässt. In dieser Dekade, die du jetzt eintrittst, wird sich noch viel tun. Die Ehe, vielleicht, wer weiß, der Nachwuchs. Wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute, dass deine Träume und deine Wünsche in Erfüllung gehen mögen und freuen uns auf weitere Zeit mit dir und den Leuten hier. Alles Gute. Lieber Jo, ich gratuliere dir. Du hast Geburtstag und das feiern wir 30 Jahre und noch immer frisch Wir tanzen heut mit dir auf jedem Tisch Viele Freunde sind heut im Gedanken dabei Und wir wünschen dir noch lange, lange Zeit Und wir wünschen dir noch lange, lange Zeit Dass dein Glück mit Dani weiterhin euch liebt Und dir zusammen in der Liebe besteht Hast schon viel geschafft und bist mittendrin Ausbildung, Sprecher, Abi und Kanal Job, Schillis, Freunde und Hochzeitsplan Egal was kommt, ich bin für dich da Und habe hoffentlich noch manchen guten Rat Zuletzt das Wichtigste mit auf deinem Weg Gottes Segen durch dieses kleine Lied Er sei dir auch in Zukunft immer nah Und halte dich, was auch kommen mag Hallo Jo, ich wollte natürlich auch bei diesem Geburtstagsgrußvideo nicht fehlen Und hinterlasse dir hiermit herzliche Grüße Und alles, alles Gute zum Geburtstag Wir sehen uns ja an deinem großen Tag Mal gucken, was wir da gemeinsam so anstellen Wir machen das schon zu einem schönen Tag Also, bis dann Hallo Kinder, ich bin der Peter Und heute zeige ich euch, wie man einen Geburtstagsgruß vorliest Klingt komisch, ist aber so Hey, du da Hm? Ich? Ja, genau du Wie heißt du mein Junge? Ich bin Flo Was gibt's denn? Ich bin der Peter Und ich zeige heute den Kindern, wie man zum Geburtstag gratuliert Lies das doch mal bitte vor Einfach vorlesen, ja? Hey, Lighty Auf diesem Wege möchte ich dir alles gut Also, da muss aber mehr Freude rein Kinder, so macht man es nicht Das klingt nicht nur komisch, ist es nämlich auch Bitte noch einmal, aber diesmal mit mehr Spaß Yo, 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 hey Lighty Also das, Kinder, war zu viel Wir sind ja nicht in einer dieser Ghettos Ein bisschen weniger Slum, aber doch mit Spaß Also bitte, noch einmal Hey Lighty, auf diesem Wege möchte ich dir alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag wünschen Ist ja schon was Besonderes, die dritte Null, ne? Du kannst nicht nur nach hinten blicken und dir voller Stolz anschauen, was du bis jetzt schon alles erreicht hast Es ist nämlich auch die Zeit, um nach vorne zu blicken auf das, was noch alles auf dich wartet Ich wünsche dir für diese Zeit nur das Beste, auf das du all deine Ziele, Wünsche und Träume verwirklichen kannst Du bist für uns ein wichtiger Teil geworden Du hast uns unterstützt, wenn wir Hilfe brauchten Hast uns quasi an die Hand genommen und gezeigt, wie wir es auf YouTube anzustellen haben Und du bist nicht nur in gewisser Maßen unser Mentor, sondern auch ein guter Freund Dafür wollen wir uns bedanken und blicken gemeinsam mit dir auf eine schöne Zukunft Herzlichen Glückwunsch, Großer und alles Gute Nun ist, denke ich, alles gesagt worden Und ich hoffe im Namen aller Beteiligten, lieber Jo, dass es dir gefallen hat Für alle anderen bleibt mir nur noch zu sagen Ihr habt Peter und Flo gerade gehört und wisst nun ganz genau, wie man zum Geburtstag gratuliert Also schnell zu Twitter, auf Lightys YouTube-Kanal oder Facebook-Profil Und lasst ihm ein paar liebe Worte da Und lasst ihm ein paar liebe Worte da